So, wieder da. Hast du jetzt schon das alles gelootet aus den Öfen? Äh, um was geht's? Lein warm. Kali, hast du schon alles aus den Öfen gelootet, weil ich brauch Level. Nein, hab ich nicht. Kann ich einen von euch engagieren, vier Diamanten mir bei dem Inselbau zu helfen? Nein. Steine zu platzieren? Nein. Nee, sorry, ich... Wenn ich die erst kriege? Ich muss mich grad OP machen. Wenn das Haus fertig ist, komm wir gleich. Okay, ich mach. Ich helf dir. Sag's nochmal, wenn mein Haus hier bei denen fertig ist, dann bin ich wieder weg. Dann helf ich dir. Man, Kali, Jan, baue mal bitte vorher dein Haus. Kann ich dir da noch ein paar Steine abkaufen? Ja, für Dias. Für Dias. Ja, wie viel pro wie viel? Ja, haben wir doch das letzte Mal schon gesagt. Ach echt? Pro vier Stacks, zwei Dias. Also pro zwei Stacks, ein Dias. Ja. Ich muss unter Wasser kloster und platzieren. Dias. Dias. Warte, ich könnte mit... Cobblestone oder Stone? Äh. Ich geh schnell mit Plotus einfreien. Ja komm, dann will ich Stone, dann will ich Stone. Aber Jan, denk bitte wirklich an dein Haus. Ja, mach ich noch. Weil wir haben aber nur wenig Stone, wir haben mehr Cobblestone. Ja, das kann nicht brennen, wenn du willst. Ich hab genug Kohle hier. Okay, ich nehm mal ein bisschen Stone mit. Brennen. Problem, ich brauch selbst Stein. Ja ne, dann komm, egal. Lass Cobblestone machen, ist egal. Ich hab jetzt ein bisschen Stone, bisschen Cobblestone mitgebracht. Alles klar. Ja, du kannst dein ganz Inventar voll machen. Ich brauch ein klein wenig. Klein wenig. Geschätzt, äh... 20 Stacks. Geschätzt arschviel. Geht eigentlich. Ich will nicht wissen, wieviel ich schon hier reingeklebt hab. Stacks. Ich hab... Meine... Meine Kiste hab ich glaub ich schon leer gemacht. Meine Cobblestone-Kiste. So, ich muss jetzt Stein farmen gehen. Irgendwie irgendwo. Und das sind, äh... Grob geschätzt 60x60 Steine. Wieso treff ich mich nicht selber? So, das hier noch weg. Ähm... Äh, ne. 60x60x2 Steine. Alter, mein Bogen macht mir ein halbes Herz Schaden. Okay, voll. Soll ich mal bei mir testen? Komm, ich... Ich teste auch mal bei mir wieviel mein... Wieviel beschadet... Was hast du für Rüstung? Diamant. Hehehehe. Gehen wir irgendwo Stein farmen? Äh... Ne, noch nicht. Weil ich hab meine komplette auf mindestens Schütz 1 verzaubert. Ja, ich hab... Achso. Ja, ich hab Schütz... Schütz 3 auf einem Teil. Aber ich hab ne Stärke 3 Bogen. Schütz 27. Lol. Man kann perfekt ganz gerade hoch schießen. Ja. Komm an. Oh, der fliegt voll ins Auge. Der Schütz ist geil. So. Einen Schaden. Da ist mal ein Relive vor. Stärke 4. Oh, das ist krank. Ich bin auch gerade dabei mir Stärke 4 zu machen. Aber... Ja, ich hab auch noch 2 Stärke Bücher. Also, Can geht halt hauptsächlich darum, die scheiß Blöcke dahin zu planten. Naja, schon. Das ist halt trotzdem ne Heidenarbeit. Hä? Hä? Achso, das kostet noch... Achso, das kostet dann Level 4. Klar. Ich bin noch behindert. Klebst du Bücher zusammen? Ich bin gerade dabei mir einen Power 4 Bogen zu machen. Ah, okay. Achso, ihr macht das mit einzel... Einzeldinger. Ihr macht die Bücher einzeln mit einem... Mit einem Ding. Wie kostet es eigentlich so ein Buch zusammen zu kleben? Keine Ahnung. Kalle? Weiß ich auch nicht. Hast du das nicht eben gemacht? Nicht, nicht viel. Kommt drauf an, was du da drauf hast. Achso, okay. Ich bin jetzt im Cheat Modus. Aber nur, damit ich unter Wasser was sehe. Weil ich muss unter Wasser bauen. Was ist Cheat Modus? Ja, Modus halt. Modus. Modus. Hast du dein... Dein Cheat Pack wieder drauf gemacht? Weiß Funz grad nicht. X-Ray und so. Ging doch auf X, ne? Nein, nicht X-Ray. Also, X drücken hat... Hört sich für mich ziemlich nach X-Ray an. Ja, da ist X-Ray auch dabei. Aber was will ich mit X-Ray? Fungst auf jeden Fall nicht. Fungst auf jeden Fall nicht. Okay, jetzt müsste reichen an Stein. Ich hab äh... Schon... Warte... Ich hab drei schon gebratenes Steck Stein und... Gebraten? Lecker. Also richtiges Stein und sonst noch äh... Cobblestone. Okay. Also... Nicht wenig. Joa. Zwei Stacks Kohle sind... Zehn Level. Unkär. Echt nur? Ah, ne, ernsthaft, oder? Peter Quartz ist am effektivsten. Das stimmt. Ah, Never Quartz geht so krass ab. Da hab ich in... in einer halben Stunde hab ich äh... Ach so, ich wollt mal wieder ein bisschen... Wenn du nichts dagegen hast. Ähm... Da muss ich grad überlegen... Ja, was zahlst du mir? Hehehehe. Alles geht hier mit... mit Diamanten hier jetzt. Der Handel. Für eine halbe Hahn... Eine Fresse. Genau. Ein... ein... ein Hahn... Ein Hahn oder eine Henne... Ein Diamant. Auf jeden Fall. Kannst du gleich irgendwie... 4, 6 Diamanten geben für Level 10. Ja, das können wir uns leisten schon. Können wir uns leisten. Locker, easy was los. Locker. Ja, wenn du noch wartest, bis ich hier ähm... Bis ich hier Level 30 gefarmt hab, dann äh... Dann ist okay. Ich bin jetzt Level 25 ein halb. Also ich bin wieder bei dir unten, ne? Auf das ein halb kommt's an. Übrigens danke für dein äh ganzes gebratenes Chicken, ne? Weil ich hätte ansonsten kein... Kein Ding. Kein Problem. Ich hätte ansonsten kein... nix zu phrasen. Kein Ding von King. Da können wir uns auch noch was von Phil verlangen, ne? Daut er recht. Ja, ein Diamant-Pro-Chick. Ähm, Alex? Was? Hast du Claustor mitgebracht? Ja, ja, ja. Ja, ich hab 14... Blöcke dabei. Ja, 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 ja. Kann ich das vielleicht mal benutzen, weil ich muss unter Wasser ein paar Lampen bauen, weil... Wo bist du? Komm her. Dann bist du im Buch. Was krieg ich dafür? Spaß. Warte, ne, komm her. Du darfst ab und zu in meine Heldenhöhne kommen. Bin ich etwa dein... dein... Blaubarschbube? Bimbo. Bimbo. Blaubarschbimbo. Blauarschbimbo. 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 So wird der immer witzigal. So, dann warte ich mal hier auf Can. Warte ich nicht mal. Ach, ja. Ich hab gedacht, Jerry will uns verraten, aber... Er hat mich nicht enttäuscht. Noch nicht? Ne, nicht noch nicht. Er hat mich nicht enttäuscht. Ja, das kommt aber noch, weil Jeremy enttäuscht einen immer. Ich hab gedacht, er schließt sich jetzt den anderen Team an. Hä, warum? Wo ist eigentlich dein Enderchest? Tiberius und Drago. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Moment. Wo ist denn deine Enderchest? Dankeschön. Oben. Oh Mann. Ich hab drei Sprüche. Ich bin... Jetzt muss ich mal Desinfektionsmittel rausholen. Ja, spring doch einfach. So langweilig für die Zuschauer gerade. Ich bleib auch stehen und warte und so. Warte, komm. Ich geh noch mal kurz in meine alte Hütte gucken. Ob ich da noch Stein hab. Es kann sein, dass da noch was drin ist. Okay, keiner bei euch. Warte mal. Ich kann ja mal kurz für dich gucken. Ich bin schon unten. Musst du dich extra runterkommen. Ich bin von oben einfach runtergesprungen. Stimmt. Ja, da ist noch Stein. Oh, nice. Eine halbe Truhe voll. Hä? Wo bist du denn? Äh... Wie viel Invertarplätze hast du noch frei? Gar keins mehr. Scheiße, da ist noch ne... 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 Ein ganz klein wenig von der Truhe ist noch voll. Boah, wer furzt da die ganze Zeit ohne Witz? Gar nicht belohnt. Ich komm jetzt gleich hoch. Ja, du kannst... Du bist nur bei deiner Mobfarm. Ja, du kannst die Chicken vergewaltigen. Ist kein Problem. Ich level mich L30 mit meinem Ofen. Das hat auch was, oder? Unser Amboss ist bald kaputt übrigens. Müssen wir mal rein craften, Bruni. Verliert der Amboss an... Hat der Haltbarkeit? Klar, ich sehe dich. Das wusste ich gar nicht. Natürlich hat er Haltbarkeit. Was denkst du denn? Viel anscheinend, dass du nicht warst. Du musst echt dieses Amboss eine Haltbarkeit haben? Jetzt weißt du es. Verrückter. Verrückter Mann. Lieber spät als nie. Bäh. So. So, jetzt haben alle meinen Lust. Das ist Teil der Schutze 2. Mutenbau fertig. Ich hab grad das Ohrwurm von einem Lied. Das heißt Castle in the Sky. Geil. Und das singt in Trance Musik oder so. Das heißt... Moinsinn. Das ist voll geil, weißt du. Man läuft immer mit Dingen rum. Mit Diamantschwert oder so. Wenn man... Egal was... Wenn man nichts macht oder so. Sieht voll aggro aus. Ja. Ähm... Guck mal Nego. Ja. Hast du da irgendwo ne leere Truhe? Äh... Oh. Oh warte mal dann... Ich deponier kurz hier was um. Kann ich dir den ganzen Stuff da reinlegen? Ja eben. Frag mich sowieso wie so ne Truhe nix... Äh wieso ne Truhe das und das da drin ist. Ja kannst du in die eine Truhe kannst du das rein kippen. Okay. Richtig rein juicen. Rein juicen. Rein juicen. Rein juicen. Rein juicen. Das mein ich ja mit juicen. So. Krieg ich ja... Wie viel jetzt krieg ich jetzt dafür? Zehn? Weiß nicht. Wie viel war denn das? Keine Ahnung. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Boah. Scheiße. Ah. Alter Mathe. Eins, zwei, drei, sechs. Sechs Dias. Eins, zwei, drei, sechs. Die die du mir vorgegeben hast. Äh soll ich dir einfach acht geben für die Arbeit noch? Ist mega. Ja. Kannste machen. Wie wären es sonst gewesen? Oder willst du mir for free helfen? Nein. Nö. Ja. Dann geb ich dir acht. Wie denn? Ähm. Ja gut. Wollte ich dir kurz ganz schnell erklären. So weisse Einweisungen und so für Praktikanten. So. Dubstep Nico. Ähm. Kubi? Ja? Kannst mal kurz hochkommen und nachgucken? Weil ich bin fertig. Brauchst nicht rausnehmen. Ich hab noch. Äh. Ja ich wollte nur irgendwie füllen. Achso. Okay. Was? Ich hab grad richtig angefangen zu bauen. Ja ich hab auch nochmal. Okay dann komm ich zu dir mal kurz. Mist. Wir bauen mit normalem Stone. Mit normalem Stone ne? Naja. Man weiß ja nicht ob die Neuheit das schon weiß. Neuheit. Oh ho 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 ho... Befehl Befehl Hofftion könntest einfach hier drüber Prozent hoffen die Kanzler hier drüber die drüber die ganze Zeit Hopper machen und dann dass die das einfach die ganze Zeit ja das ist ein Loch wieviel stein hast du jetzt normal ach hab bei der Kiste ist glaube ich noch normaler Stein wenig wenn ich gebe ich da auch noch ein Stack hier ja da ist auch noch ein bisschen normaler Stein ich möchte hier noch mal ein wenig normalen Stein hin ich nehme den aus der Truhe raus weil ich XP will weil ich bin Level 25 ja schon bekanntlich ok und du willst das jetzt ja alles ausfüllen sagst du? alles ausfüllen wenn du kein Stein mehr hast dann sagst du mir Bescheid ok also das ja alles alles was hier umkreist ist was noch nicht ausgefüllt ist boah leck Alter hab ich mich gerade erschrocken ist nicht wenig ne? naja ich öffte da mal ein bisschen muss wir übrigens noch einen neuen Skin pixel und wir könnten jetzt irgendein schönes Thema ansprechen wenn ich gerade so dabei bin so monotone Arbeit zu machen was denn für ein Thema wichsen unter der Dusche genau oh das mach ich eigentlich wenig ich auch nicht hast du eigentlich ne Behutsamkeitsspitzhacke? ja hab ich weil dann könnten wir nämlich äh Stone den ich verbaue ist egal ich wasch mich ja nie ich hab genug Kohle ja ich wasch mich eigentlich auch nicht das ist voll eklig gell? dieses Gefühl von Reinheit das kann ich ewig nicht ertragen richtig widerlich alter schon versauts irgendwie so ähm Bootshaus ist fertig also 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 könnte ich jetzt gehen wenns nicht schön aussieht schlage ich dich sieht nicht schön aus dann wird er umgebracht vielleicht das war das Risiko was wir dir aber erst nach dem Horstborn erzählen haha NEEEIN 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 Ehm wieviel Steine hast du noch? noch n stack was machst du hier? was wirds noch? Steinmeth da steh gar nix Steinmeth? Scheiße Steinmeth sagst du einfach wenns hörlich ist stoned meth weil crystal meth alt geworden ist mh Zäune irgendwann ertränke ich alle Schafe aber ich töte sie einfach alle ja die sind sowieso richtig behindert weil du da oben kennst vorher nenne ich alle Peppy hahaha will du nicht Slava oder drängst du sie ins Lava? weil das Werbung wäre das wäre Werbung NEE 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 du nennst sie alle Peppy und ertränkst sie ins Lava na gute Idee ich hab immer noch ein ich hab immer noch ein äh ein Stack Stooby guck ich hab ein 3 viertel Stack oh ich hab ein Holz aufgesammelt oh ja das töte ihn dafür Alex Braun hab mich bewusst für ein Flachdach entschieden Alex hat nen Flachen ich stell mir das irgendwie voll komisch vor ich stell mir das irgendwie voll komisch vor bei nen Flachen hier stell ich dir noch ein Haus äh ein Bett rein und fertig ah es ging die die Akten kaputt oder so äh done done ich nehm's aus dem Ding raus weil ich willst XP ne ich will auch XP ja ne wie wäre es wenn ich die untere wenn ich die obere Reihe rausnehme und du die untere und was hältste was hältste so schön wie mit Boote so schön wie mit Boote